Exit wird Roche spotten, aber Roche schon ziemlich low. Kann Exit da noch pünktlich rein? Er versucht durchzusippen, er geht durch und er gesucht wurde an Exit! Oh mein Gott, was ein Player hier auf dem Timbersaw. Heult sich nochmal selber, hat ein zweites Leben und jetzt kommt das Team rüber. Dog Easy ist dran an Oracle, er findet immer wieder den Oracle und jetzt kann ESG den Fight nehmen.